schaffe schaffe häusle baue ja da sind mal wieder ich hab da mal wieder etwas vorbereitet zeige ich euch sofort ja wie ihr seht wir haben hier so weit ja alles dicht wir haben hier unseren eingang gemacht unseren aufgang jetzt habt ihr schon was gesehen und das hier habe ich einfach mal vorbereitet wir bauen an ja und was wir anbauen da lasst euch jetzt einfach mal überraschen wobei mir gerade einfällt guck hier habe ich noch nichts weiter gemacht ich habe hier schon mal eine tür eingeschlagen und ich weiß nicht warum ich jetzt da unten den mauspfeil habe auch lustig okay müssen sowieso hier rein wir bauen jetzt erst einmal ein paar boot frames die brauchen wir und dann können auch gleich ein paar planks machen so ja erst mal herzlich willkommen hätte ich jetzt beinahe vergessen darf man gar nicht vergessen so was also herzlich willkommen meine lieben ja wir sind hier natürlich in der zweiten kreativ folge wir haben hier unseren unser erdgeschoss das haben wir in den letzten male schon hergestellt in den letzten zwei folgen und wer genau sehen möchte warum und wie das ganze hier gemacht worden ist der möchte sich bitte die erste und zweite folge einmal anschauen und vor allen dingen auch warum das hier unten alles noch offen ist und nicht zugemacht das gleiche haben wir natürlich hier da habe ich immer noch eine idee die behalte ich noch im hinterkopf mal gucken jetzt machen wir aber erst einmal ja hier müssen wir soweit dicht machen jetzt müssen wir mal gucken wie groß wie das ich denke bis hier wäre das ganz gut wenn wir das bis hierhin machen diese anbau der hat gleich mal zwei vorteile erstens ich habe mir gedacht hier unten packen wir unsere schmieden rein das ist ja schon mal nicht so übel und dann habe ich mir gedacht da oben wenn man den jetzt hier in die gleiche höhe ziehen sprich auch wieder mit einer fünferdecken höhe dann können wir da oben einfach noch nach außen anbauen und haben einen größeren bereich so war natürlich jetzt blödsinn dass ich einmal so im kreis gefahren bin weil nutzt euch ja nichts so jetzt wollen wir aber erst mal gucken denn hier hinten hier hinten machen wir auch was ganz nettes da kann ich jetzt eigentlich aber hier auch schließen ja die kann ich schließen das machen auch so haben wir geschlossen jetzt komme ich hier nicht mehr raus weil ich bin ein ganz schlaues kärchen so und jetzt müssen wir einmal etwas zählen also die machen wir auch so das ist klar ja wir machen das jetzt anders sonst komme ich durch danach passt auf wir machen das jetzt ganz einfach wir machen jetzt erstmal diesen hier erstmal alles dicht soweit ihr werdet das gleich verstehen da gehe ich jede wetteverein und der ein oder andere kann sich vielleicht schon denken was ich schon wieder für komische gedanken habe da war mal gucken ob denn ob du denn recht recht hast wir wollen schauen was macht der abonaccio hier ja der ganze bereich und soll natürlich nicht voller schmieden sein das wäre ja blödsinnig von außerdem möchte ich auch nicht unbedingt das komplette fenster hier bekam das soll schon da bleiben wenn ich jetzt hier alles dunkel mache haben wir ein problem dann brauchen wir das fenster nämlich nicht mehr was ich allerdings machen könnte das wäre wenn ich gehen jetzt mal hier hinsetzen dieses fenster weg das wäre dann vielleicht tatsächlich ganz praktisch jetzt muss ich mal überlegen ja oder wir setzen den hier hin jetzt muss ich einfach mal schauen wie das ausschaut wenn ich das so mache dann hätten wir zwei räume das hier ist eigentlich ja ein guter schmiederaum von der größe her würde ich mal direkt zu behaupten denkt ihr auch oder also man hat ausreichend platz um sein material abzulegen so würde ich das jetzt einfach mal sehen dann nehmen ich habe doch mir extra eine axt besorgt nehmen wir das doch einmal raus schalt um dankeschön und den auch weg und dann muss der aber auch weg und dann machen wir den auch weg und warum machen wir den jetzt weg hätten wir ja eigentlich gar nicht gemusst ganz einfach einfach stumpf wegen der optik weil auch hier kommt schräge fenster rein und fertig dann sieht das gleich deutlich besser aus die brauche ich noch nicht die habe ich angefangen die nehmen wir zuerst und dann machen wir jetzt mal hier so und so und wie das halt so ist bei mir wenn ich nicht hundertprozentig sicher bin das bleibt so dann wird einfach mal gewartet so doch also so können wir das machen das heißt den können wir auf jeden fall schließen und den auch ganz einfach weil ich nicht direkt an der wand in mein fenster haben möchte das ist nichts was ich wirklich gerne mag jetzt können wir allerdings das können wir tatsächlich machen hauen wir nämlich die beiden einfach noch mal raus dann können wir doch ein größeres fenster machen und ich weiß nicht ich habe irgendwie das gefühl ich habe jetzt das spiel auf nur zehn prozent lautstärke stehen und ich habe irgendwie das gefühl die haben mit der einer also mit der 10 1 die lautstärke von den werkzeugen deutlich erhöht das ist so irgendwie das gefühl was ich habe ich kann mich auch irren naja sieht interessant aus das ist jetzt nicht nicht das nee das gefällt mir nicht hauen wir die fenster halt noch mal raus was soll das denn das kostet ja nicht viel zeit und weg und alles weg sind immer nur zwei schläge dann geht das ja das sind sachen die solltet ihr euch vorher überlegen wenn ihr es im survival baut weil dort dauert das ganze doch dann wesentlich länger ich habe das gemerkt ich habe mich öfter verplant habe neu gebaut als ich die city of life gebaut habe und ich kann euch wirklich nur versichern wenn ihr euch das vorher überlegt wie ihr das bauen wollt dann ist es definitiv eine einfache geschichte ich habe das wort richtig einfache das ist also ein beklopptes wort wo man immer gerne mal hängen bleibt ich habe es geschafft ich bin nicht hängen geblieben so ja gut jetzt müssen wir die sowieso noch mal nein so wäre schon besser so den müssen wir nämlich tatsächlich direkt machen dann können wir hier auch auf fünf nach oben das ganze drauf setzen und können das dicht machen dann haben wir schon mal unsere wand rein gezimmert das ist ja schon mal recht praktisch und geht da hin so dann machen wir das noch und das noch und das noch so jetzt haben wir da eine wand jetzt machen wir das was wir immer tun wir stelzen hier einfach mal wir stelzen hier einfach mal die dinge hin ja das ist doch mal wieder stellen wäre vielleicht das bessere wort wollen wir mal schauen wobei stelzen hat sich auch nicht so schlecht an ist ein lustiges wort zumindest wenn man das damit verbindet jeder für sich genommen jede säule für sich genommen kann man auch als stelze verstehen man muss einfach nur oben was draus setzen das kennt ihr ja von mir schon ja dann den 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 schönes großes fenster und hier haben wir das gleiche haben wir auch schaut mal an das ist ja ein sehr schöner symmetrischer raum warum fehlt hier einer keine ahnung jetzt tut das nicht mehr soll den ok den können wir auch schon mal rein machen dann können wir uns schon mal eine tür wieder machen die habe ich hier bestimmt irgendwo nicht stehen warum nicht warum habe ich die hier nicht stehen ok dann schreiben wir einfach mal wieder rein dankeschön und dann nehmen wir sie mit weil es ja so schön ist jetzt die frage stellen wir die hier hin oder stellen wir sie dorthin ich glaube rein optisch macht sich das so besser denke ich machen wir das das ist schön also die neuen türen die geben einen noch ein bisschen mehr möglichkeiten so rein optisch finde ich gar nicht mal übel so das mache ich eventuell nachher je nachdem wie weit wir hier kommen wir haben schon wieder zehn minuten rum mache ich das hier nachher wieder alleine alles dicht weil was sollt ihr das sehen wie ich das dicht mache das kennt ihr doch alles so was machen wir hier ha 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 wisst ihr was wir hier machen ihr werdet gleich merken passt du ich zähl jetzt mal ähm da passt glaube ich gar keiner mehr hin egal eins zwei drei obwohl wie viel haben wir denn hier eins zwei drei vier fünf sechs das heißt ach da hätte eigentlich hätte noch einer einer mehr rein müssen eins zwei drei vier fünf sechs ja wir machen hier auch ein machen wir hier mehr rein ähm das heißt ja wir müssen das so machen okay dann darf ich nämlich gleich die ganze wand hinten wieder abziehen und darf hier nochmal einmal herschippen das äh na nehmen wir die alle wieder mit und die hätte ich eigentlich stehen lassen können ne hätte ich nicht das ist schon richtig so so die nehmen wir alle warum habe ich den abgenommen den hätte ich nicht abnehmen brauchen ja das ist wenn man manchmal zu schnell ist dann ist es halt so der kann da stehen bleiben dann muss da noch einer an und dann müssen wir runter ich habe übrigens das machen wir auf jeden Fall zusammen weil ich habe etwas schönes gesehen ähm die haben nette tolle Effekte an den Türen von den Türen her kennt ihr also schon wenn wir mal so Türen auseinander genommen haben dann habt ihr ja schon so schöne nette Effekte gesehen aber nicht nur die Türen haben diese Effekte sondern zum Beispiel auch dieser Asphalt da muss ich jetzt drei viermal draufhauen habt ihr gesehen sieht doch ganz schick aus also ich finde es schön dass da so kleine Effekte mit reingekommen sind da brauchen wir keine Spitzhacke das ist doch schon mal recht praktisch so ziehen wir das einmal da mit da raus dann können wir da einen weiteren dran legen so gleich haben wir eine jetzt haben wir eine gleich durch das ist eigentlich genau die Art von Arbeit die ich euch ganz gerne ersparen wollte weil es total unnütz ist dass ihr hier seht okay sammeln was auf wie ich am Schaufeln bin weil das ist ja Blödsinn sowas kann man auch einfach mal alleine machen und kann das dann weglassen weil dafür braucht man diese zwei drei Minuten nicht verschwenden wir haben eh so wenig Zeit pro Folge und müssen so viel hier ist Leben guck mal einer an eine ganze Menge ist aber was ich hier übrigens beim hinfliegen überhaupt nicht gesehen habe das ist dass hier in irgendeiner Form Wasser in diesem Biom drin ist also ich bin echt wie ihr seht recht große Stücke geflogen und da war nirgendwo Wasser ja klar hier der Fluss an der Biomgrenze logischerweise aber nirgendwo Wasser hier in dem ganzen Stück drin also gehe ich mal einfach davon aus ich habe ja so ein Biom noch nicht wirklich durchlaufen dass es in solchen Biomen gar kein Wasser warum mache ich das jetzt gar kein Wasser gibt wenn ihr also baut dann müsst ihr dran denken dass ihr euch möglichst schnell dann auch eine Wasserquelle besorgt die ihr an euren Haus mit beisetzt das wäre ansonsten alles ein wenig döv möchte ich mal glatt behaupten dann machen wir hier einfach ein größeres Fenster rein dann sieht das auch schick aus und hier machen wir das so wie gehabt das sind jetzt zwei dann kam hier das Fenster und hier kommt dann auch noch einer runter und dort das Fenster ich glaube so haben wir das richtig jawohl so das mache ich dann nachher alles dicht dann machen wir müssen wir mal gucken hier eine Tür rein ja das ist ganz gut und machen das denn so das ist jetzt Blödsinn gewesen aber die müssen wir wegnehmen und jetzt dürftet ihr alle wissen was ich hier eigentlich vorhabe das heißt die können wir eigentlich auch noch wegnehmen so die können wir wegnehmen das ist gut dann können wir die wegnehmen hätte ich auch gleich weglassen können habe ich natürlich nicht ich bin ja ein ganz schlaues Kerlchen und wenn man keine Arbeit hat dann kann man sich zumindest welche machen so einfach ist das so na jetzt wisst ihr was das wird richtig denke ich mal gehe ich mal ganz stark von aus in diesem Falle wäre es allerdings recht sinnvoll wir würden auch hier die Ecke verschließen und jetzt komme ich natürlich mal wieder nicht rauf so okay lustig gehen wir einfach hier raus weil damit das Ganze jetzt wieder optisch auch ein bisschen schicker aussieht jetzt habe ich den verdreht und ich weiß nicht mal warum na komm her zeig es mir so ist brav so haben wir es so und jetzt haben wir hier wieder so eine schöne Zombie-Schiebeecke dann können die mich nämlich mal kreuzweise an die Füße kratzen können meinetwegen tun was sie wollen und ja den Leben müssen wir allerdings wegschütten der wäre dort jetzt nicht sehr passend da brauchen wir etwas anderes was habe ich jetzt gemacht ne da muss noch einen weg richtig und da muss auch noch einen weg jetzt müssen wir es dann aber passend haben so müssen wir mal gucken dann sollte das wohl gehen ja das kann da bleiben und jetzt sollte wirklich jeder wissen was ich hier mache und dann funktioniert das auch ganz wunderbar komm mach dich da weg mach du dich da auch weg warum ich den jetzt weg genommen habe weiß ich nicht ist halt so mhm da hat mir wieder einer geschrieben von euch ist das schön jetzt muss ich einen Kommentar natürlich hinterlassen was machst du hier so ein Lärm guck mal her so ja ich nehme das hier einfach mal weg pack mal die Erde die können wir nämlich tatsächlich brauchen und überall dort wo ich jetzt keine habe mache ich wieder welche hin das ist ja das war jetzt zu hoch richtig ne das ist ok so dann werden wir uns gleich noch ein bisschen oh wie heißt denn das vertile 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 was auch immer das heißt beziehungsweise wie auch immer das Ort gesprochen wird ich glaube hier muss ich doch noch weg bügeln das risiko ja da ist nämlich noch was ok das haben wir jetzt auch weg und jetzt haben wir hier schön Erde super geht doch und das gleiche müssen wir natürlich hier machen sollte vielleicht geht das doch müsste hin was haben wir gesagt vertile das ist ja doch schon super ich brauche nicht mal suchen so mag ich das dummdi dumm und dis und dis und dis und da hat sich jetzt ne da machen wir ja auch da machen wir auch Erde ok und ne so ist gut so wie weit geht denn na komm wir gehen mal auf Nummer sicher ich kenne mich nämlich ich mache dann hier wieder alles fertig und dann passt wieder mal rein gar nichts und deswegen entschuldige danke der will mich doch veräppeln so und jetzt macht das so wie ich möchte und ich bin zufrieden das war lustig sah interessant aus nicht wahr das sah echt mal interessant aus oh Kinders was sehe ich denn da ich sehe es jetzt gerade wir haben die 20 Minuten schon wieder rum und kaum was geschafft ok dann würde ich sagen wir sehen uns in der nächsten Folge wenn es euch gefallen hat natürlich den Daumen nach oben und für alle Neuankommlinge wenn ihr wissen wollt wie es weiter geht abonnieren und ihr wisst es direkt wenn es rauskommt bis dahin bye bye